Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 3563 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Mein Arzt hat gesagt, dass solche Kopfschmerzen immer wieder vorkommen können. Mein Arzt hat gesagt, dass solche Kopfschmerzen immer wieder vorkommen können. Ich darf mich nicht überanstrengen. Das Wort ist falsch geschrieben. Dieser Fehler kommt bei dir häufiger vor. Das Wort ist falsch geschrieben. Dieser Fehler kommt bei dir häufiger vor. Das Wort ist falsch geschrieben. Dieser Fehler kommt bei dir häufiger vor. Ich nehme deine Entschuldigung an. So etwas darf aber nie wieder vorkommen. Ich nehme deine Entschuldigung an. So etwas darf aber nie wieder vorkommen. Ich nehme deine Entschuldigung an. So etwas darf aber nie wieder vorkommen. Wenn so etwas noch einmal vorkommt, dann siehst du mich hier nie wieder. Wenn so etwas noch einmal vorkommt, dann siehst du mich hier nie wieder. Wenn so etwas noch einmal vorkommt, dann siehst du mich hier nie wieder. Es ist wieder vorgekommen, dass er mich hintergeht. Das lasse ich nicht mit mir machen. Zu Hause ersetze ich alle alten Neonlampen durch sparsame LED-Lampen. Zu Hause ersetze ich alle alten Neonlampen durch sparsame LED-Lampen. Möchtest du von meinem Eis probieren? Möchtest du von meinem Eis probieren? Möchtest du von meinem Eis probieren? Hier findest du die Medikamente gegen Kopfschmerzen. Sie sind alphabetisch sortiert. Hier findest du die Medikamente gegen Kopfschmerzen. Sie sind alphabetisch sortiert. Zu viert geht es mit einem Sessellift den Berg hinunter. Zu viert geht es mit einem Sessellift den Berg hinunter. Ich kann es nicht glauben. Warum hast du es wieder getan? Ich kann es nicht glauben. Warum hast du es wieder getan? Jetzt kommen einige Wiederholungen. Auch heute gibt es wieder viel zu tun. Aber das bin ich von meiner großen Familie seit Jahren gewohnt. Auch heute gibt es wieder viel zu tun. Aber das bin ich von meiner großen Familie seit Jahren gewohnt. Verrate mich nicht. Es soll ein Geheimnis zwischen uns bleiben. Verrate mich nicht. Es soll ein Geheimnis zwischen uns bleiben. Ich bezahle den Mitgliedsbeitrag für den nächsten Monat mit meiner Kreditkarte. Ich bezahle den Mitgliedsbeitrag für den nächsten Monat mit meiner Kreditkarte. Ich brauche Rat, wie ich mich am Telefon verhalten soll. Kannst du mir helfen? Ich brauche Rat, wie ich mich am Telefon verhalten soll. Kannst du mir helfen? Am Wochenende darf ich immer bei Mama und Papa im Bett schlafen. Das ist sehr gemütlich. Am Wochenende darf ich immer bei Mama und Papa im Bett schlafen. Das ist sehr gemütlich. Hier ist der richtige Platz für die Wärmepumpe. Ich habe sie schon bestellt, damit sie pünktlich geliefert wird. Hier ist der richtige Platz für die Wärmepumpe. Ich habe sie schon bestellt, damit sie pünktlich geliefert wird. Der Wetterbericht hat starke Windböen vorausgesagt. Der Wetterbericht hat starke Windböen vorausgesagt. Was bedeutet die Farbe an deiner Hand? Kannst du mir das erklären? Was bedeutet die Farbe an deiner Hand? Kannst du mir das erklären? Auf Papas Schultern kann ich mir die Welt von oben ansehen. Das tut gut. Nimm dir Zeit beim Zähneputzen. Ich zeige dir noch einmal, wie es geht. Nimm dir Zeit beim Zähneputzen. Ich zeige dir noch einmal, wie es geht. Ich bin immer noch im Büro, obwohl ich eine schlimme Erkältung habe. Das klingt nicht gut. Daran werde ich definitiv nicht teilnehmen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich fühle mich. Untertitelung des ZDF, 2020